Die Heiligen drei Krüger's Morgenland, sie fragen in jedem Städten, wo geht der Weg nach Bethlehem, ihr Lieben, Buben und Mädchen? Die Jungen und Alten, sie wussten es nicht, die Könige zogen weiter. Sie wollten einen goldenen Stern, der leuchtete lieblich und heiter. Der Stern blieb stehen über Josefs Haus, da sind sie hineingegangen. Das Röchslein brüllte, das Kindlein schrie, die Heiligen drei Könige sanden.